hallo leute damit herzlich willkommen zum ersten blog auf diesem kanal ja ich bin nicht alleine ich habe hier ja kann sie wieder gehen nein spaß und ja wir gehen jetzt einkauf und mal gucken was wir da noch machen bis dann ja 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 schön Ja schön Ja Warum nimmst du sowas, Digga? Warte, irgendwas hat lecker geschmeckt Ja, nix davon Nein Ne, das hat noch Fanta Warte, warte Guck mal, das sieht übrigens geil aus schon alleine Ja, warte Nice one Nein, wir wollen sie nicht überzeugen Schade, ich dachte, hier gibt es noch diese grünen Weil die habe ich im Urlaub getrunken Da oben Die waren richtig geil Und Ja, ich würde sagen Wir gehen wieder weiter Oder eigentlich raus Ja, ich würde sagen 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 geht die sonne auch schon nicht unter ja und wir zeigen euch jetzt einfach mal was wir so ja gekauft haben so einmal hier meine chips mit pizzageschmack seine chips mit dann einmal dann ja eigentlich einmal für mich und einmal für den leben das hier was ich jetzt hier nicht sagen will weil ich nicht trinken darf und ich will also von daher ja das machen wir noch heute so wir wissen noch nicht was wir machen ich würde sagen wir futtern und trinken erst mal eine runde und dann sehen wir uns vielleicht wenn wir zu hause sind stimmt wir haben das ultimative vergessen leute darf ich vorstellen wir trauen uns gar nicht wir trauen uns gar nicht hello kitty schokolade wir freuen uns dass wir die schokolade gekauft haben wir müssen jetzt kurz aus dem weg gehen da da ein fahrer fahrer kommt ja so wird so lange könnt ihr euch ja hier meine schöne fresse angucken ja okay und ich würde sagen wir futtern und essen jetzt trinken ein bisschen bis nachher und sehen uns zuhause wieder tschau